was geht ab youtube crew wir sind wieder berg wir sind wieder im hartmode unterwegs wir haben hartmode stufe 10 ziemlich geiles team mal wieder auf einmal kann den wir kennen mal immer mal wieder jemand der ein bisschen drum herum arbeiten muss und ja ich würde sagen nicht lang schnacken ab ins team let's go wir sind auf rammer sein account mal wieder er hat umgebaut er hat gesagt ich habe da war es mit rache hart gemacht und das ist tatsächlich dieses team ihr kennt diese ganzen status teams die sind auf ziemlich gestärkt es gibt auch eine version mit renegade das weiß ich anstatt keimer lydia wurde auch schon hier und da ersetzt durch andere die buffer venus draco oder auch bellenor mit ralla bin ich mir gerade gar nicht sicher aber ich glaube die kann man auch ersetzen mit champions wie hier wie heißen die ganzen anderen lilly sowie solche späße und dragon bain geht wirklich darum er hat jetzt die gifte reflektiert hier geht es wirklich nur darum der rest vom team kann auch sterben ist hier ist tatsächlich notwendig ihr müsst die waves mit 4 nuken da es komplett links ist wie heißt es wollte könnte man auch eine poison explosion nehmen ich glaube dafür braucht man aber ziemlich crazy gear aber es geht es geht tatsächlich wenn ich so überlegt dass wir poison explosion nehmen und am ende start es ja nur alleine überleben muss wie er es hier jetzt auch gerade macht er reflektiert nämlich durch seine passiv die ganzen gifte und somit rustet der boss sich selber rustet rustet rust da ist ein trugt haben ja genau oder irgendwie so auf jeden fall wir lassen sie jetzt noch mal durchlaufen ist es wirklich das team das ihr alle kennt mit star to streng bain ich persönlich habe ihn noch nicht weiß mir jetzt ein bisschen im arsch damals nicht die schad für ihn geöffnet zu haben als ein garantierter champion war aber werden irgendwann noch bekommen wie gesagt ich bin aktuell ziemlich hart mode faul deswegen habe ich da auch gerade keinen bock drauf ich habe einen helio damit kann man das tatsächlich auch machen vielleicht setze ich mich ja doch mal dran und baue aber es geht hier tatsächlich darum man muss mit sich mit zier durch nuken es würde auch mit poison explosion gehen man muss halt steltes dementsprechend bauen es gibt zwei varianten es gibt steltes okay gebaut mit regenerations und ewig ihr und es gibt steltes gebaut im stoneskin hier super super slow damit über seine passive einfach die ganze zeit reflektiert und der boss sich killt bevor wir überhaupt dran kommen das stoneskin zu verbrauchen ziemlich nice team ihr habt jetzt bei mir gesehen 54 sekunden und eine minute bestzeit von rama 51 sekunden ich denke wenn man alles auf ultra stellt ohne recording bla 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 dann läuft das natürlich noch schneller und ihr seht hier mit ralla hat aus irgendeinem grunde den meisten der match gemacht neben sie natürlich wie das zustande kommt weiß ich nicht weil er reflektiert witzige story aber ja so ist es und ich zeige euch jetzt dann mal kurz die ganzen champions wie die gebaut sind wie die gegiert sind ich zeige euch dann noch die presets noch mal dran und dann sind wir eigentlich schon wieder durch ist ein ganz ganz nice und simpler aufbau hartmode dungeons ganz ehrlich wenn ihr sagt wo ich komme ich an das hier oder so was hartmode dungeons sind late game endgame content also jeder der im early game in progress ist im mid game und hartmode nicht schafft oder weil er die champions eben noch nicht hat noch keine lydia hat noch keine mit ralla hat ja steltes ist notwendig wie gesagt man kann ihn ersetzen mit einem helio sie hat zum nuken wenn ihr keine poison explosion dann braucht ihr sie zum nuken und keimer lässt sich mit einer renegade ersetzen dann braucht ihr allerdings ein bisschen länger weil ihr in der zweiten wave durch zeigen müsst und ja lydia so gebaut wir haben ein set für pvp wir haben ordentlich leben wir haben ordentlich die fans wir haben 235 speed wir brauchen dementsprechend widerstand dementsprechend genauigkeit widerstand hier jetzt nicht unbedingt weil es geht hier um steltos tatsächlich ist lydia nur da wave 1 und 2 zu nuken und das war es dann diese lydia ist gebaut für pvp für doomtower wurde hier jetzt einfach eingebaut weil es der einzige volt nuker beziehungsweise volt die buffer ist sorry und deswegen ja ist sie hier mit am start hat eben dieses wie heißt es unberührbar set an bücher sind komplett drin wir haben brimstone drin wie gesagt dummtau lydia höchstwahrscheinlich zum nuken in einem seer team für den dummtau um durchzuraschen sowie bei mir auch und die masteries defensive masteries support masteries wir versuchen unsere debuffs zu verlängern wir versuchen so viel widerstand wie möglich wie möglich zu bekommen aber es geht hier primär darum sie braucht genauigkeit sie muss einen gewissen speedwert haben zum debuffen für die waves und danach ist es egal weil das team so konzipiert ist dass alle sterben zum boss steltos alleine da steht er das regelt ciao kakao so läuft das ganz easy mit ralla genau dasselbe das ist eine pvp schrägstrich doomtower mit ralla deswegen hat sie 65.000 leben 4000 defense 276 speed jeder hat seine mithrala in meinen augen sehr gut zu bauen ich habe viele mithralas gesehen die sind extrem gut gebaut wenn die mithrala wie ich auf meinem free to play bald sehr sehr früh bekommt weil ihr sehr früh mit der hydra anfangen dann kann es sein dass eure mithrala nicht so krass gebaut ist aber ich lege es jedem wirklich ans herz baut eure mithrala so extrem und so krass wie möglich so gut wie möglich das ist ein unglaublich heftiger champion und ja wir haben 256 speed wir haben 233 widerstand und wir haben 475 genauigkeit mithrala hat ja diese geile passiv wo sie einfach widerstandswert abhängig davon wie genauigkeit sie hat steigert das ist natürlich ziemlich nice und ja hier geht es auch darum wir wollen hexen wir wollen glänzen und wir wollen einfach buffs bekommen für die sie um mehr der match zu machen am ende bei den waves und dann haben wir hier ganz normale pvp masteries wir haben und war master genommen wir haben die möglichkeit unsere buffs zu verlängern was natürlich alles hilft um in gewissen hier ist meine kamera um in gewissen anderen bereichen vorteile zu erlangen die genauigkeit reicht voll und ganz für hard mode dungeon also von daher ja setzend auch wirklich relativ das ist das geile der einzige champion der wichtig ist hier also das wichtige in dem team ist ihr braucht man reset ein champion ihr braucht man die buffer ständchen zwei ihr braucht einen zusätzlichen buffer für die 4 champion 3 dann braucht jetzt hier an sich da habt ihr schon mal eure vier champions um die waves zu nuken dann braucht ihr nur noch steltus oder helio wir haben hier keine helio variante wie gesagt ich schaue dass ich es auf meinem account mal zeige wenn ich helio hochgezogen habe um dann eben den boss solo runter zu klopfen mehr braucht ihr nicht das geht mit gift explosion auch auf meinem account habe ich aktuell so ein team es ist ein sehr holpriges team aber das ist so der grundstein für das wie ich es team irgendwann konzipieren möchte vielleicht zeige ich mal um einfach den anfang zu zeigen aber ich glaube wenn ich mein helio fertig habe dann werde ich zeigen weil ich sage guck mal so habe ich angefangen so bin ich mittlerweile am ende angekommen und deswegen es gibt es hier nuke variante für die waves und die poison explosion hier haben wir es hier wie gesagt hier ist völlig relativ denn gewisse champions wie lydia mit ralla und auch ein keimer werden einfach reingeschmissen und mit den sets und vor allem den stats die sie aktuell haben einfach benutzt keimer 193 speed wir brauchen hier nichts keine genauigkeit kein gar nichts eigentlich der primäre nutzer hier ist der das keimer resettet mehr brauchen wir nicht er muss beim boss sterben wir müssen ihn nur in der zweiten wave dran haben zum resetten damit wir die waves nutzen können bücher full drin sägen drin wegen der arena und auch hier die mastery ist soweit gemacht dass er noch mehr genauigkeit bekommt für die arena zum strippen aber sein main nutze für unser team hier ist tatsächlich magisches siegel um die cooldowns unserer champions zu resetten dann haben wir dies hier voll gebuckt sowie alle anderen champions auch masteries mit flawless execution kann er bestimmt noch ändern zu help smasher um dann tatsächlich noch mehr der match zu machen um zu verhindern dass vielleicht der ein oder andere champion überlebt oder sonst irgendwas aber das bleibt ganz bei ihm damit würde er halt eben im krit der match trocken auf 230 runter dafür habt ihr halt die möglichkeit 25 eine 25 prozentige chance 50 die für 50 prozent die fans zu ignorieren ich finde das auf jeden fall wert 207 speed der rest des stats ist wirklich egal wir brauchen speed über 100 prozent quote wir brauchen krit damage und wir brauchen genauigkeit um auch die bars der gegner zu strippen mehr brauchen wenn ich die anderen stats sind eigentlich völlig irrelevant man sollte sie natürlich so wenn man sie in dem tower nutzt so gut wie möglich bauen so defensiv wie möglich aber der vorteil bei sie ist wir brauchen null angriff weil ihr nuke einfach nicht mit angriff skaliert gar nicht nur gegner max hp und die anzahl der bachs die wir strippen fertig das war es mit hier und dann kommt das gold stück dieses teams startes regenerations gear ewig gear wir müssen live regenerieren wenn wir dran kommen wir haben bei den stands einfach darauf geachtet so viel hp wie möglich er muss schnell sein ihr seht auch hier in den stats speed lp speed lp speed lp und natürlich einen gewissen genauigkeitswert ich zeige euch gleich die skills wir haben 87.000 leben ziemlich viel leben 3300 defense mit 197 speed so langsam wie möglich er muss beim boss einfach nur dran kommen mit seiner passive die gifte reflekt und das war's schon wieder dafür brauchen wir genauigkeit die haben wir hier die haben wir im banner höchstwahl ja 100 prozent habe ich so bewusst im banner und ein bisschen was im amulett bei steltus er braucht null bücher und genau das ist das geile ich habe steltus hier auf dem account schon gezeigt schaut dass ich es mit verlinkt in einem solo netter spinnen team dieses team funktioniert übrigens auch auf allen farben und ja es geht hier darum reflektiert man immer ein gegner versucht diesem champion eine schwächung die fans da oder gifte zu verleihen die debuffs zurück auf den angreifer die chance steigert sich mit jedem weiteren debuff auf dem ziel um fünf prozent ist natürlich ziemlich nice wir haben eine sehr sehr hohe wahrscheinlichkeit das zu machen genau und wir brauchen halt die genauigkeit dafür mehr brauchen wenn ich er braucht null bücher gar nichts das ist das geile daran weil wir einfach nur diese passiv brauchen und dann haben wir einfach masteries genommen bisschen defensiv dass wir weniger bekommen dass wir ein bisschen jetzt bekommen durch unsere sets auch hier wieder mehr hielt und dann einfach mehr stats mehr speed wenn unsere champions tot sind was ja passiert unser komplettes team stirbt hier die bachs verlängern er die bachs verlängern die wir dem gegner verleihen somit die gifte ist natürlich geil durch den reflekt und dann natürlich genauigkeit mitgenommen man könnte auch andere masteries nehmen aber das ist bei steltus eigentlich völlig relativ wir brauchen gewissen hp wert ich weiß nicht was das minimum ist ich glaube das minimum lag bei 70 75.000 irgendwie sowas ansonsten regenerations gear ewig gear es gibt noch die andere combo wie es euch vorhin im run gesagt habe die einfach stoneskin benutzt und steltus ultra slow macht also er hat 99 base speed dieses team hat dann irgendwie auch so um die 100 110 speed also der steltus und er sitzt einfach nur da reflected 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 und dann bevor der boss überhaupt dran ist bevor wir überhaupt dran sind ist der boss im endeffekt schon tot er hat hier ein bisschen anders gemacht weil er diesen steltus dafür nutzt eben noch netter spinne solo zu machen und ja ziemlich ziemlich geiles team ziemlich simples team es ist halt champion abhängig lydia durch einen anderen die bach versetzen wenn ihr dann die möglichkeit habt auf die bachs zu verzichten und trotzdem zu nuken okay dann klappt ansonsten braucht die halt die lydia deshalb einfach der vorteil deswegen ist lydia so ein biest sie gibt hier die bachs die fans down und weekend sie gibt aber on top noch zwei bachs für unsere zier was super wichtig ist und was diesen champion einfach so non plus ultra macht mit ralla genau derselbe spaß wir haben hex wir haben glänz wir haben stärkung werden schilde wir haben die fans down er die fans ab und attack ab einfach noch mehr bach für unsere sier kann man mit einer renegade ersetzen den prinz keimer kann man jetzt natürlich noch mehr pay to win mit einer yumeko ersetzen yumeko hilft dann auch noch und top die bachs zu reflektieren die sie selber bekommt was da ist ja nur das reflekt was er bekommt ja die miko hat ja auch da so einen skill in der passive ist natürlich nice muss mal gucken ich habe ein paar in meiner community die yumeko und alles haben vielleicht haben die auch solche teams dann kann ich die auch noch featuren und daneben sie es hier kann man durch nichts ersetzt es gibt kein champion der dasselbe skill kit beziehungsweise denselben skill hat wie es hier außer wir benutzen poison explosion wird aber noch gefeatured und dann steltos durch helio ersetzbar schaue ich dass ich auf meinem account feature so läuft das team so ist es ich zeige euch kurz die presets aber ich glaube es gibt nichts großartiges bei den presets zu beachten ja das machen wir mal kurz presets bei diesem team laufen wie folgt wir müssen halt am anfang mit ralla macht halt immer dasselbe das ist das geile sie fängt entweder damit oder damit an ob wir wachs oder wachs bekommt ist relativ dann hier auch und hier auch wir müssen nichts machen steltos muss auch nichts machen bei das hier hat er auch keine presets gemacht weil sie immer das richtige macht immer die richtigen skills zur richtigen zeit einsetzt lidia macht genau dasselbe und beim prinz keimer musste er nur machen dass er am anfang magisches siegel nicht benutzt danach benutzt er sowieso immer sein magisches siegel und hier will er mit der a1 anfangen das ist glaube ich aber völlig relativ ja ich lass das team jetzt noch ein zweimal durchlaufen es ist ein ziemlich geiles ziemlich entspanntes team vor allem ihr seht hier keine presets und trotzdem machen alle champions das richtige sobald sie ja die richtige anzahl an bach ich weiß nicht wie viele sind was und die was hat strip sie sofort dann macht sie gar nicht die a2 vorne weg so wie hier jetzt auch wir hatten auf jedem champion 56 bach der gegner hatte was und gibt ihm ja jetzt auch wir bekommen die gifte ihr seht hier war die gifte von steltos er hat keine abbekommen weil er sie komplett reflektiert jetzt ist der boss wieder dran wo einmal sie ja dann mit dem nächsten skill fallen keimer und lidia um vielleicht sogar mit ralea mit der stärkung jetzt eher weniger aber ihr seht hier steltos ist einfach clean der hat keine buffs der hat er die buffs der hat nichts weil er einfach die einzigen die passt die der drache uns geben kann reflektiert und sich damit selber killt und jetzt sind wir an dem punkt wo alle down sind es würde schneller gehen wenn unsere champions schneller sterben was sie aber nicht tun leider und ihr jetzt auch sagt ihr habt gesehen beim 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 der boss fällt da und der boss killt sich selber ziemlich ziemlich nice helio hat es nicht genau in dem sinne helio reflektiert mit einem skill nicht mit seiner passiv so viel ich weiß korrigiert mich falls ich falsch liege aber ja und hier seht ihr auch zack 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 und wir sind schon beim boss 19 sekunden ich denke mal wie gesagt mit den perfekten einstellungen ohne recording geht das schneller ich denke mal dass wir vielleicht sogar die 51 sekunden knacken könnten aber es ist allein erstaunlich wie schnell dieses team funktioniert dafür dass es hieß hard mode dungeons sind so schwer wird so krass ist endgame content wurden innerhalb von ein bis zwei wochen glaube ich teams gefunden die einfach gezeigt haben hey easy peasy ihr könnt alles in unter einer minute farmen außer aktuell feuerritter ice golem haben die leute ganz ehrlich keinen bock zu bauen würde ich auch nicht machen ice golem ist kacke gibt keine sets die wir brauchen also von daher wozu ressourcen verschwenden und feuerritter ist halt feuerritter ohne spezifische champions funktioniert feuerritter hartmode leider nicht ich habe in meiner community glaube ich noch niemanden der sich drangesetzt hat ja dass das team ziemlich nice ich brauche auf meinem account nur noch status dann könnte ich es auch bauen ich habe es dann nicht also kann ich nicht bauen helio habe ich werde ich mich mal dran setzen aber ich würde es gerne mit status bauen weil wir vielen lieben dank fürs zuschauen falls ihr noch nicht abonniert habt frage ich mich wieso let's go abo da lassen like da lassen und euer lieblings emoji in die kommentare falls ihr nicht zu sagen haben dann sehen wir uns im nächsten video sehen wir uns im nächsten stream ich bin euer alien ciao kakao